Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Nora. Tanz nicht wit, vierter Teil. Los geht's. Step touch. Wir wärmen uns erstmal schön auf. Sehr gut. Und step. Step touch. Arme mitschwingen. Vor, zurück. Sehr gut. Arme hinwechseln. Zurückkreisen. Sehr gut. Vier, drei, zwei. Arme schwingen. Sehr gut. Und Arme zurück. Vier, drei, zwei. Und schwingen. Super. Arme zur Seite beugen. Zeit. Wechseln. Nach oben. Arme rechts, links. Rüber, rüber. Nach oben. Und rüber. Arme lang. Rüber. Arme lang. Sehr gut. Schulterbläde zurück. Arme lang. Eine Runde noch. Arme lang. Versen nach oben. Hochziehen. Doppelt. Zweimal. Und wechseln. Single. Vier. Doppelt. Super. Nochmal. Vier, drei, zwei. Und doppelt. Und Single. Und Single. Doppelt. Wunderbar. Step touch. Arme schwingen. Zurückkreisen. Arme schwingen. Zurückkreisen. Sehr gut. Fersen hoch. Doppelt. 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 Wunderbar. Eine Seite bleiben. Viermal. Vier, drei. Schön für den hinteren Oberschenkel. Wechsel und Po. Achtmal. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und wieder. Und hoch. Sehr gut. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Drei. Zwei. Und Step touch. Arme hoch. Sechs. Nach oben. Sechs. Sehr schön. Super. Und marschieren am Platz. Legen wir los. Mit rechts. Super. Vier. Drei. Zwei. Mambo. Mambo Six Point. Wechseln. Marschieren am Platz. Vier. Drei. Zwei. Und. Schritt. 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 Marsch. Vier. Drei. Zwei. Und. Schritt. 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 Marsch. Vier. Drei. Zwei. Einer. Und. Schritt. 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 Marsch. Ich zähle mit. Das heißt Six Point Mambo. Weil es sechs Schritte sind. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Marsch. Vier, drei, zwei. Sehr gut. Und nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Marsch. Einmal noch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Marsch. Perfekt. Weiter geht's. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und tipp vorne. Und vor. Sehr gut. Groß. Wunderbar. Und marschieren am Platz. Marsch. Sehr gut. Vier, drei, zwei, einer. Und Mambo. Mambo. Am Platz. Tap, 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 tap. Und marschieren. Sehr gut. Super. Vier, drei, zwei, einer. Fersen hoch. Viermal eine Seite. Vier, drei, zwei. Und marschieren am Platz. Super. Jetzt sind wir auf links. Und machen das Ganze natürlich mit linker Seite, dass wir schön ausgeglichen sind. Mambo. Mambo. Marschieren. Tap, 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 tap. Und Mambo. Mambo. Marschieren. Tap, 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 tap. Und am Platz. Wunderbar. Fersen hoch. Fersen hoch. Vier, drei, zwei, eine Seite. Viermal. Zieh, zieh, zieh. Am Platz. Marsch. Wunderbar. Mambo Six Point. Die Arme mit dazu nehmen. Marsch. Tap, 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 tap. Am Platz. Wunderbar. Und jetzt statt am Platz marschieren, kommt eine Drehung. Wenn es dir zu viel ist, lass aus. Kannst du weiterhin auf den Platz marschieren. Wer mehr möchte, kommt mit mir mit. Einmal zuschauen, dann machen wir zusammen. Und Six Point. Mambo. Mambo. Die Drehung. Tap, 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 tap. Wie du siehst, ich wechsle die Arme immer so zum Spaß, wie es mir passt, kannst du auch machen. Six, seven, eight. Und super. Yes. Tap, 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 tap. Und marschieren am Platz. Wunderbar. Weiter geht's. Und Fersen hoch. Viermal eine Seite. Vier, drei, zwei. Und am Platz marschieren. Mit links das Ganze. Let's go. So. Und einmal zuschauen bei der Drehung. Und rum. Und tap, 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 tap. Und marsch. Ich nehme die Arme extra bewusst mit, weil wir drehen uns so rückwärts immer. Ja? Links ist linker Arm. Rechts ist rechter Arm. Und dann den Daumen verfolgen. Dann hast du die richtige Drehrichtung. Okay? Probieren wir es einfach zusammen. Und jetzt rechten Arm. Daumen verfolgen. Und tap, 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 tap. Yes. Geschafft. Sehr gut. Machen wir gleich weiter. Vier, drei, zwei. Mambo. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vier, drei, zwei. Andere Seite. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vor. Ziehen. 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 Und ab. Und rechts. Tap. Vor. Und marschieren. Machen wir mal eine kurze Pause. Zwischendurch, dass du gut mitkommst. Vier, drei, zwei. Rechts kommt vor. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Schritt zieh. Ziehen. 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 Und zurück. Und am Platz. Sehr gut. Super. Andere Seite. Seven, eight. Und vor. Rück. Tap, tap, tap. Und. Yes. Und nach hinten. Vier, drei, zwei, einer. Und vor. Rück. Vor. Rück. Und zieh. Zurück. Und vor. Rück. Vor. Rück. Und zieh. Und zurück. Marschieren am Platz. Sehr gut. Du bleibst natürlich nicht. Es kommt eine kleine Steigerung. Du kannst gleich mitmachen. Mit den Mambus gehen wir zur Seite. Vier. Drei. Zwei. Und los geht's. Zeit. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Und zieh. Zurück. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Und ziehen. Ja. Nochmal. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Zwei. Wunderbar. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Und zieh. Ja. Sehr gut. Und marschieren. Und noch eine kleine Steigerung. Bis wir alles kombinieren. Okay. Beim zweiten Mambus machen wir eine Drehung. Ja. Kannst einmal zuschauen wieder. Während du mitmachst natürlich. Five, six, seven, eight. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Knie. Yes. Und zurück. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Und Knie. Knie. Ja. Wunderbar. Und marschieren. Super. Probieren wir das zusammen. Wenn du möchtest, mitdrehen. Wenn nicht, machst du deine schöne Mambus. Und dann können wir von vorne anfangen und das Ganze kombinieren. Okay? Five, six, seven. Zeit. Wenn du willst, mitdrehen oder am Platz. Mambo, Mambo. Knie ziehen. Und Zeit. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Und hüp. Wunderbar. Und einmal noch. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Und zurück. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Und ziehen. Sehr schön. Und marschieren. Wunderbar. Ich hoffe, du weißt noch den Anfang. Wie es losging. Und mit unserem Six-Point-Mambo. Drehung. Taps. Und dann kommt es gleich direkt danach. Probieren wir es. Let's go. Und Six-Point. Arme mitnehmen. Den Daumen verfolgen. Tap. Wupp. Wupp. Mambo zur Seite. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Drei, zwei, einer. Jetzt Six-Point. Mambo. Ja. Drehung. Tap. Und vorne, hinten. Vorne, hinten. Drei, zwei, einer. Let's go. Six-Point. Von vorne. Schöne Drehung. Tap. Mambo seit. Vorne, hinten. Vorne, hinten. Vier, drei, zwei. Und linke Seite von vorne. Yes. Komm tief. Schön ins Schwitzen kommen. Tap. 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 Und one. Bisschen mehr Hüfte. Yes. Drei, zwei, eine. Eine Runde noch. Come on. Tief. Beuge die Knie. Bisschen mehr Hüfte. Tap. Side. Und Rührung. Yes. Und links. Tap. Zur Seite. Und repeat. Drei, zwei, einer. Und rund. Marsch. Sehr gut. Super gemacht. Wie du weißt, habe ich eine kleine Challenge mal am Ende. Von unseren vier Teilen. Tanz dich fit. Und jetzt bringen wir wieder die Beine und Po zum Brennen, okay? Das schaffst du noch. Ein paar Minuten. Und vor, drehen. Mitte, hoch. Vor, drehen. Bauch schön anspannen. Ich zeige es dir auch gerne von der Seite. Anspannen. Sehr gut. Tief. Anspannen. Komm an. Weit nach unten. Knie bis zum Boden. Und tief. Sehr gut. Tief. Bauch anspannen. Und tief. Kannst ruhig noch weiter lächeln. Ja, ist gleich vorbei alles. Anspannen. Tief, tief, tief. Und tief. Drehen. Mitte. Hoch. Tief. Drehen. Mitte. Letzten vier. Noch drei. Nur noch zwei. Letztes Mal. Und marschieren. Beine lockern. Arme lockern. Du hast es geschafft. Und zurück. Ganz kurz runterkommen. Seit. Genieß es. Du hast was Gutes für deinen Körper getan. Und Arme locker schwingen. Und nach oben. Sehr gut. Und Arme zurückreißen. Und Zeit. Ganz locker. Nur die Arme schwingen. Und einatmen. Und locker lassen. Super. Schön, dass du mitgemacht hast. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal.